So, hier gibt es jetzt ein Stopfnadel-Strick-Tutorial-Anleitungsvideo. Wir gehen da mal drauf, wie hier meine liebe Freundin strickt mit zwei Stopfnadeln. Ich habe gesagt, man kann es nicht. Man kann es. Das sind die süßen Stopfnadeln und da hat sie Maschen, tatsächlich Maschen gestrickt. Eigentlich kann die Frau gar nicht stricken. Aber sie wollte mir es demonstrieren, dass man mit zwei Stopfnadeln stricken kann. Ich weiß nicht, woher sie auf einmal stricken kann, aber sie kann es. Indem man Frau Christ zuguckt. Ach so, ja, okay. Hat viel bei mir geübt, also vom Sehen her. So, bitteschön. Mit ganz dünnen Faden habe ich gestrickt. Auch wenn das nicht schön ist, aber selten. Ja, das ist das, das ist das, ja.